Wie ist die Arbeit der Welt? Wir verstehen es doch. Leider gibt es diese Menge, ich meine jetzt Menge im Sinn Set, also mathematisch. Es gibt diese Menge, nicht die Autoren. Da sind so viele Köche in diesem Bereich, die sind anonym, die sind verschwunden und so weiter. Also man kann sie nicht identifizieren und ganz bestimmt gibt es keinen Der-Autor. Den gibt es nicht. Also sind die meisten Programme, die die Arbeit der Welt tun, undurchschaubar.